hey meine lieben ich habe gesehen dass mein ehemaliger lehrer von der sportmittel schule unterrichtet und das nämlich online nämlich unter lehrerleusel lehrt und er braucht noch genau 500 abonnenten erst kurz davor um live auf youtube zu unterrichten die burschen freuen sich schon irrsinnig also folgt ihm und dann kann er endlich live unterrichten bin auf jeden fall dabei und ja bleibt auf jeden fall gesund